So, Shalom Aleykum, hier haben wir ungefähr eine Minute, ein paar kleine, und zwar gibt es Kulturstudio, Martin Hüller ruft an, der kleine Max Dreifisch in der Abteilung und der Grabe. So, und da möchte ich gleich mal kurz was zu sagen, aber wir hören mal ganz kurz eben rein, worum es hier geht. Ja, aber dafür muss erstmal Bewusstsein geschaffen werden. Ja, genau, wie dann sonst als mit Informationen. Und wir nehmen uns das Recht heraus und die Leute, die du hier gerade sozusagen als Rechtsradikale oder was hier beschimpft hast oder wie auch immer, oder benannt hast, die waren auch in der Zwischenrufsendung. Hier kann praktisch jeder anrufen. Dieser Typ, mit dem du da gesprochen hast, dieser Louis oder was, der sich auch Max nennt, der hat mich mit dem Tode bedroht. Der wollte mir den Kopf schießen, verdammt nochmal. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, du weißt ja, du recherchierst doch, hast du doch gerade gesagt. Sag mal, was hast du für ein Problem, das ist eine Sendung Zwischenruf, da kann jeder anrufen, der möchte. Ich hab doch, denn, hast du mir vorher deinen Lebenslauf geschickt, bevor du hier anrufen hast, hast du auch nicht. Also, bitteschön. Ihr wart doch bei dem, ihr beiden wart doch bei dem schon vorher im HO. Ja, weil man uns dort auch versucht hatte anzugreifen und wir mit denen das Gespräch gesucht haben. Ganz einfach. Ja, siehste, siehste, also habt ihr, dann wusstest du ja doch, wer das ist. Nein, ich wusste nicht, wer das ist. Ganz einfach. Ja, aber du warst doch vorher da. Ja, aber trotzdem merke ich mir doch nicht jeden, wenn da acht Leute im Livestream sind, merke ich mir, also was bist du denn für ein Typ? Naja, klar. Natürlich. Natürlich, da recherchierst du dann aber. Ja, dann recherchiert er relativ schlecht. Jetzt muss man dazu sagen, trotz aller Spannung, die ich hier mit der Positionslosigkeit von Martin Hüller an manchen Stellen habe, muss man jetzt mal ein paar Sachen dazu sagen. Das erste, hier der Grave, der macht hier schon mal einen strategisch ziemlich fehlerhaften Fehler, um das mal salopp zu sagen. Er sagt, ja, wir recherchieren nicht oder wir recherchieren doch. Das heißt also, beide Sachen entlasten nicht von der entsprechenden Verantwortung, die daran hängt, einem bestimmten Publikum die Möglichkeit zu geben, vor einem großen Rahmen zu sprechen. Darum geht's. Das heißt, ich sage jetzt mal salopp hier als Westfale, wenn man sich wie ein frisch geficktes Eichhörnchen benehmen will und das einem der Sabber aus der Pupanze läuft, dann kann man sagen, na klar, wir sind hier das Kulturstudio. Bei uns kann jeder hier anrufen und seine Naziparolen hier durchs Mikro brüllen, denn uns ist das erstmal egal, weil das ist ja die Meinung anderer. Und das ist aber falsch. Das heißt, das, was hier über den Sender geht, da verhaftet der junge Mann, der dort sitzt, samt Team, beziehungsweise der Kanalbetreiber. Dann sagt Grave, ja, beziehungsweise der Hüller sagt, du hast doch vorher mit denen noch im Hangout gesessen. Du müsstest doch wissen, mit wem du dich da unterhältst, sagt er, weiß ich nicht. Dann würde ich dem Herrn Grave wirklich mal anraten, sich vielleicht mal, ja nicht so sehr auf die Haarpflege zu konzentrieren, sondern vielleicht mal eine Stunde beim Föhn zu investieren, mit dem Headset mal zu hören, mit welch rechtslastigen jungen und älteren Herrschaften er es denn dort zu tun hat. Denn den meisten Zuschauern ist das durchaus bewusst, dass wir hier die extrem gewaltbereite, nationalsozialistische, nazi-verseuchte Drecksbande benennen. Und die haben eben genau dieses Sozialverhalten, wie Hüller sagt. Also Dennis Ingo Schulz ist ja auch nicht der Erste gewesen, der gesagt hat, ich schieße dir eine Kugel durch den Kopf und deiner Tochter gleich mit und solche Geschichten und solche Sachen sind halt live gelaufen. Und da kann man jetzt als Veranstalter auch vom Kulturstudio nicht sagen, naja, ist die Meinung eines Dritten, geht uns hier nichts an. Nee, nee, so einfach ist das eben nicht. So, jetzt mal zum Kulturstudio mal im Ganzen. Ich meine, diese Zwischenrufnummer ist ja nichts anderes wie die Aufforderung zum Beef. Also es gibt ja zwei Varianten. Das heißt, es ist ein ernst gemeintes Format, wo man sagt, mich interessiert ja wirklich die Meinung meiner Anrufer. Oder ich sage, ich gebe hier wirklich Hinz und Kunz und jedem Nationaldeb, zum Beispiel hier Gottfried Feder, der kleine Max oder sowas, Porta Germanica oder Reconquista Germanica, die Gelegenheit, ihre braunversiffte Drecksscheiße bei mir über den Äther zu senden. Dann hätte allerdings das Kulturstudio demnächst auch einen leicht braunen Anstrich dabei. Darüber sollte man sich auch mal im Klaren sein, dass die Gäste, die man sich da natürlich hinsetzt und denen man ein Sprachrohr gibt, dass diese Gäste eine eigene Grundfarbe mitbringen und die ist nun mal braun. Und die kann auch nicht überstrichen werden. Die wird maximal noch dunkelbraun. Die Gäste, die im Kulturstudio verkehren, benutzen gerne solche Geschichten wie die dicke Bärte ausrichten, Krieg, folgt mir, ich bin der neue Messias. Die Leute, die dort verkehren, nennen sich Gottfried Feder, Rudolf Hess, Adolf Hitler. Das sind die Leute, die in dem Umfeld derer sich aufhalten, die dort anrufen. Das heißt also, derjenige, der dort anruft, dem seine Kumpels heißen Rudolf Hess, Gottfried Feder, Adolf Hitler und solche Sachen. Und da geht es doch recht ordentlich auf Stammtischniveau zu und auch verbal. Und die ganze Geschichte ist, sagen wir mal, juristisch so weit nicht greifbar, da diese Herren zur Zeit, die meisten davon, juristisch nicht greifbar sind. Aber das kann sich ja schlagartig ändern. Während Kulturstudio und der Herr Grawe juristisch sehr wohl greifbar sind, genauso wie Martin Hüller, wie ich oder viele andere, die halt unter ihrem Klarnamen auch ohne Deckung für ihre Meinung hier im Netz stehen. Und da muss man auch eine ganz klare Differenzierung hier mal anlegen, dass man eben sagen müsste, und das geht jetzt ans Kulturstudio, dass man sich vielleicht doch mal vorher informieren sollte, wen ich denn dort zu Gast habe. So, und da muss man auch nochmal eine noch weitere Differenzierung vornehmen. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt, auch anderen Leuten. Die Frage ist doch, warum, ich muss mich jetzt wieder unbeliebt machen, warum ruft denn ein Herr Raven dort an, der Christian, mit besagtem Louis, mit dem angeblich kleinen Max, der aber mit Sicherheit irgendwie aus Ennepe da kommt und 26 Jahre alt ist oder sowas. Und dann war noch ein Dritter dort, die für Reconquista Germanica Werbung machten, fast eine Stunde lang, im Dreierteam. Und dann sitzt das Kulturstudio dabei und lässt die gewähren. Gleichzeitig ist im aktuellen Spiegel, ich meine von letzter Woche, ein drei- oder vierseitiger Bericht gewesen, dass der Verfassungsschutz Reconquista Germanica ganz extrem auf dem Radar hat. Und da muss sich doch das Kulturstudio wieder fragen lassen, hat das tatsächlich mit Kultur zu tun? Ist das eine politische Gesinnung, die wir unterstützen wollen? Ist das etwas, wo wir ein Viertel unserer gesamten Sendung investieren möchten, dass diese Leute, die übrigens alle selber Kanäle haben, die dort sieben Tage die Woche den nationalen Widerstand, das Dritte Reich, die Blutlehre, die arische Rasse, diesen ganzen Nazi-verseuchten Drecksballon, den die da täglich aufblasen, stundenlang über den Äther senden, sich gegen Gott, die Welt und jeden angeblich Linken echauffieren, Leute mit Gewalt bedrohen? Dann ist es wirklich die Absicht vom Kulturstudio, solchen Leuten auf Dauer ein Sprachrohr zu geben, ein Fundament, eine Basis zu geben. Da muss man dann auch sich gefallen lassen, dass man irgendwann fragt und sagt, Kulturstudio, auch braunversiffter Drecksladen, was ist los? Da ist also schon, glaube ich, ab der Größenordnung, wie gesagt, Kulturstudio, ich gucke es mir relativ selten an, weil es ist nicht mein Format, aber ich finde schon, dass ab einer gewissen Größe, auch auf YouTube, eine gewisse Verantwortung dazu gehört, zu schauen, wen habe ich hier? Wen habe ich hier sitzen und wer sagt hier meine Meinung? Und das kann man, dafür muss man sich übrigens dann auch nicht irgendwie stundenlang vor eine Anruferliste kommen lassen, sondern während jemand anruft, kann man im zweiten Fenster bei Google ganz kurz gucken, wer ist das? Dein Kanal? Und dann sieht man ja schon anhand der Videoliste, wo die Reise hingeht. So, das kann man dann erwarten und wie gesagt, die Aufregung vom Hüller kann ich also durchaus teilen. Ich bin jetzt, sagen wir mal, nicht live dabei gewesen, wo diese Bedrohung gefallen ist, weil diese Streams werden ja interessanterweise immer wieder schnell gelöscht, nachdem sie gesendet wurden, wegen eben der juristischen Probleme, die dann drohen. Aber ich traue dem Hüller so weit, dass ich sage, der hat keinen Grund zu lügen. Die anderen, die braunen, die haben viele Gründe zu lügen, das tun die auch regelmäßig, jeden Abend. Aber der Hüller ist, wie gesagt, für mich ein bisschen so eine Meinungsmuschi, weil er sich da nicht konsequent positioniert, aber er ist keiner, der einen Aufriss macht und eine Lüge verbreitet und dann beim Kulturstudio anruft, um da ein bisschen rumzubrüllen. Und das ist er nämlich eben garantiert nicht. Und da muss man auch wieder differenzieren, dass man sagt, so eine persönliche kleine Aversion, die man mit jemandem hat, die darf man hier über eine faktische Sichtweise nicht stellen, sondern wie gesagt, ich glaube nicht, dass Hüller auch nur ansatzweise einen Grund hat, hier zu lügen. Aber ich finde es immer wieder ehrenwert, dass er auch solche Sachen dann auf den Punkt bringt, was tatsächlich hinter den Kulissen läuft. Und noch einmal, hier sind braune Banden unterwegs und ich benenne die noch einmal, Gottfried Feder, Wurstgesicht, im Schlepptau immer noch der Raven. Ich hoffe, der distanziert sich da irgendwann von diesem Drecksladen. Wir haben den Feder, den kleinen Max, wir haben Reconquista, wir haben ganz viele dieser Leute, Berlin, Berlin, da sind ganz viele, neuerdings Fanny Braun mit dabei, wie ich gehört habe, Fanny Braun und Dennis oder so, die haben sie, glaube ich, bei Reconquista Germanica nichtmals angenommen oder irgend so ein Quatsch, ist auch scheißegal. Für die einen ist es, ich suche hier irgendwelche Leute zum Quatschen, aber für die anderen ist es eine todernste Geschichte. Also hier werden Leute ganz massiv unter Druck gesetzt und ich finde, hat das Kulturstudio schon eine verdammte Pflicht, auch mal genau hinzugucken. Da kann man nicht einfach sagen, ja, ich habe dich ja auch nicht überprüft und du hast mir ja deine Unterlagen auch nicht eingereicht. Mal eine kurze Info, der Hüller braucht nach fünf Jahren auf YouTube keine mehr irgendwelche Unterlagen einreichen. Ich denke mal, der ist genauso bekannt wie die meisten Aktiven, aber es geht eben darum, dass das Kulturstudio hier benutzt und missbraucht wird von den Newcomern und diese Newcomer, die haben alle eine sehr rechtsgewaltbereite, extreme, ja, nationalsozialistische Grundhaltung und Ader und Zielsetzung. Und das könnte man im Prinzip eruieren, indem man einfach mal eine halbe Stunde Zeit nimmt, sich und einmal kurz durch YouTube guckt, durch die üblichen Verdächtigen und dann würde man in den Videolisten eben diese Anrufe dieser Leute, die gleich mit Schlepptau und mit der eigenen Community hier auflaufen, als Beifallklatscher, würde man sehen, wo die Reise hingeht. Das ist alles national versifter, brauner Dreck. Und ob das Kulturstudio das braucht, ich weiß nicht, wie gesagt, wird das hier Qualitäts-TV oder wird das, ich meine, freie Meinung in allen Ehren, aber man kann sich nicht so salopp einfach freisprechen von jeglicher Verantwortung, indem man sagt, hier bei uns kann erstmal jeder machen und tun, was er will. Also, nee, nee, so einfach ist der Schuh hier nicht anzuziehen, sondern da gibt es halt noch die kleine Problemstellung. Der Verfassungsschutz hätte da gerne auch noch mitgesprochen und der eine oder andere Staatsanwalt und Richter eben auch. Denn für die Inhalte, die verbreitet sind und verbreitet werden, ist immer der Kanalbetreiber haftbar. Kein anderer. Und wie gesagt, jeder vernünftige Mensch zieht zu, dass er die braunen Lumpen aus dem Laden kriegt und Kulturstudio zieht die an unter dem riesengroßen Deckmantel der Meinungsfreiheit. Ich weiß nicht, ob man das braucht. So, das waren mal meine fünf Cent zum aktuellen Wechselkurs. Tschüss.